In diesem Video zeige ich Ihnen den Daylines Advanced Indikator. Mit diesem Indikator können Sie sich die entscheidenden Tageslinien anzeigen lassen. Dazu gehören der Open, High, Low und Close Kurs des aktuellen Tages bzw. des Vortages. Die Einstellungen hierzu nehmen Sie unter General Parameters vor. Dazu gehören die Anzeige des Preises, ob das Wochenende angezeigt werden soll, ja oder nein, und wie viele vorherige Tage die Daylines angezeigt werden sollen. Nach den vorgenommenen Änderungen klicken Sie auf Hinzufügen. Entsprechende farbliche Veränderungen nehmen Sie in den Einstellungen darunter vor.